Hallo und herzlich willkommen zurück. Das Wetter ist schön, das Gras ist hoch. Es geht an den zweiten Heuschnitt. Besser grummelt oder graumelt, wie ihr soll. Das Gras versucht, dass es wieder mal ziemlich stark geschobbt hat. Das heißt, abräumen und von neuem probieren. Aber die Aktion macht das schon. Aber man sieht, es wird das Gras zwar geschnitten, aber es wird vor der Maschine leer geschoben. Das ist auch nicht unbedingt gut. Der zweite Schnitt ist diesmal besonders wichtig. Den Grund dafür seht ihr am Ende des Videos. Denn wir haben neue Tiere bekommen und ja, die essen gerne Heu. So, das ist unsere zweite Wiese. Wir haben links und rechts nicht alles abgemäht. Wir brauchen das als Frischfutter für die Tiere und eventuell zum Abweihlassen. Hier liegt das Heu schon aufs Schwad. Das heißt, es liegt in der Mitte, damit links und rechts die Wiese am Morgen besser abtrocknen kann. Sonst wäre das ganze Gras wieder nass. Und hier probiere ich etwas Neues. Nämlich das Gras am Abend auf Heumandeln zu schmeißen. Damit, genauso wie wenn man aufs Schwad legt, einfach die Wiese besser abtrocknet. Das ist kein Trockengestell, sondern wie gesagt nur dazu da und das Heu am Abend von der Wiese fernzuhalten. Denn morgens ist sehr viel Tau auf der Wiese. Vor allem so spät im Jahr, wie wir jetzt wieder sind. Die Tage werden schon wieder viel kürzer. Man merkt einfach, die Nächte sind feuchter. Es hat auch sehr viel geregnet die letzten Wochen. Von dem her war es für mich die beste Lösung, das Heu zumindest auf dieser Wiese auf die Heumandeln zu hängen. Diese Art nennt man glaube ich tschechische Heumandeln. Eine absolut geniale Konstruktion. Ausgeklappt und man kann richtig viel Heu draufhängen. Das kurze Heu, das wir dieses Mal machen, das krummet, ist nicht so ideal zum Aufhängen. Wie gesagt, das erste Schnitt, das erste Heu, das sind viel längere Fasern. Und hier hat man doch wesentlich kürzere Fasern, da die Wiese ja nicht mehr so hoch aufgewachsen ist. Leider habe ich nur noch drei Stück davon. Ich werde mir das nächste Mal neu bauen. Es ist eine relativ einfache Konstruktion. Man kann sie relativ leicht selber machen. Wenn ich welche machen werde, dann gibt es auf jeden Fall ein Video darüber. Aber das ist eher Winterarbeit. Das heißt, im Sommer ist zu viel andere Arbeit. Von daher muss es wappen. Das ist sehr gut, wenn es vom Boden weg ist. Man sieht hier, das Heu ist noch sehr grün. Es muss sich sehr viel richtig frisches Gras trennen. Da ist es gut, wenn es vom Boden weg ist. Sonst trocknet es am nächsten Tag nicht. Ich fahre mit meiner Reform-Heuropa, die man im Hintergrund sieht. Abends immer die Schwad zusammen. Das heißt, der Bandrechen dreht in eine Richtung und wirft alles genau auf eine Seite. Und das nennt man dann die Schwad. Und die Schwad kann ich dann viel besser aufgabeln. Und wird dann am nächsten Tag wieder auseinandergebreitet. Wie man sieht, auf so ein Heumantel geht eigentlich sehr viel Heu drauf. Anfangs geht noch mehr drauf, weil das Heu wird je trockener es ist, bekommt es mehr Volumen. Das heißt, dann kann man nicht mehr so viel drauf werfen, weil es einfach zu voluminös wäre. Und die Insekten sind verdammt lästig. sehr viele Bremsen und auch Pferdebremsen. Die sind richtig groß, richtig fies. Ja, mit denen hat man zu kämpfen. Die Kinder haben die Heumanteln dazu verwendet, durch ein Verstecken zu spielen. Sie sind ja fast wie ein Zelt. Ein Heuzelt. Und es geht immer noch was rauf. Die Art der Heutrocknung wird eigentlich nicht mehr recht oft verwendet. Jetzt geht man einfach dazu über, dass man einfach, ja, man wendet das Heu einfach ein-, zweimal mehr. Wenn man das von Hand machen muss, wäre das ziemlich viel Arbeit. Von dem her habe ich gleich mal ausprobiert, ob das Heu auf den Stellen, wo ich es auf die Heumanteln hänge, nachts, ob es dort besser oder schneller trocknet. Außerdem fände ich, dass solche Heumanteln sehr gut aussehen. Und es ist eine alte Tradition. Von dem her, ja, sollte man nicht aussterben lassen. So, das war's. So sieht die Schwaden morgens aus. Also eher Richtung, ja, fast schon Mittag. Die Sonne kommt relativ spät bei uns über die Bäume. Wir sind in einem kleinen Tal. Von daher müssen wir warten, bis der Boden abtrocknet. Hier sieht man viele grüne Bestandteile noch darin. Und jetzt ist es gebreitet. Das heißt, einfach grob auseinander geschmissen. Und jetzt lassen wir's trocknen. So, und weil wir doch relativ kleine Flächen haben, ja, ich wehde es meistens von Hand. Das wäre viel zu, ja, umständlich dafür, die Heirappe anzustarten. Dann wirft sie alles wieder auf einen Schwad. Dann kann man diesen Schwad wieder auflockern. Das ist im Endeffekt doppelte Arbeit. Und dann mach ich's lieber gleich so. Es sind ja kleine Flächen. Für große Flächen habe ich dann noch einen, äh, Z-Kreisler. Also einen Heuwender. Der geht aber nur mit dem großen Traktor. Und den fahr ich auf solchen Flächen sicher nicht. Zu steil. Und ja, außerdem, die Kinder haben auch Spaß dran. Zwischen. Fyre. Musik Musik Aber bei all der Arbeit muss man auch mal Spass haben. Die Kinder haben sowieso Freude. Aber jetzt muss Papa auch wohl mit ihnen spielen. Musik 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 Nehmen wir Wild im Kaiserraum. Aber niemals vergessen, wenn man sich dreht, kann einem auch schweinlich werden. Und weg ist er. Aber es gibt schleppere WTLs und dem Apfelbaum zu liegen. So, jetzt schnell die Arbeit fertig machen. Und dann wird auch schon zu Mittag gegessen. So, ich habe versucht, das Fahren mit der Heurape ins Bild zu bringen. Ja, nicht ganz so leicht. Bei der Heurape muss man natürlich aufpassen, da die eine viel Kraftkupplung hat. Also, man muss eben noch das Gas regulieren. Die Stange, die man oben sieht, lenkt die zwei Fahrerheifen. Das hält sich in der Spur. Ja. Ein wildes Gericht. So, noch die zweite, wie sie machen. Ich nehme ein kleines Prozedere, das Ding anzustatten. Es hat keinen Starter, wo man einfach nur an der Schnur zieht. Sondern man muss eine Schnur um den Starter herumwickeln und dann anziehen. Also er hat keine Rückholfeder für die Schnur. Aber der Funk ist ja nicht genauso. Und ja, meistens auch springt das Ding an. So, der letzte Durchgang mit der Heurape. Jetzt wird noch alles schön zusammengekehrt. Ja. Und dann kommt auch schon alles in den Start. Mal umbleiben. Mal umbleiben. So, jetzt heißt es, das Heu den Stadel bringen. Das hier ist die letzte Fuhr der ersten Wiese. Ja. Schwer. Aber es geht. So, und jetzt zum Grund, warum wir den zweiten Schnitt überhaupt gemacht haben. Wir haben Schafe bekommen. Nämlich Molly und Rosi, zwei ostfriesische Milchschafe. Noch ziemlich jung, aber sehr süß. Das ist unser Einstieg in die Milchschafhaltung. Sie sind auch noch zu jung, sie sind nicht gedeckt worden. Das heißt, sie werden auch noch nicht im nächsten Jahr Limmer bekommen, sondern erst im übernächsten Jahr, aber das macht nichts. Für uns ist es nur wichtig, dass wir endlich damit beginnen können. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da. Oder einen netten Kommentar, einen Like, wir würden uns echt sehr darüber freuen und es unterstützt unseren Kanal. Also, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.